Leute, bewegt eure Hintern! Danke, dass du die Leute auf der Brücke gerettet hast! Hey Freunde! Offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. Und jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren. Jameson hat als gelernter Journalist in so etwas jahrelange Erfahrung. Auch wenn ich recht habe, wird er gewinnen. Manchmal geht es nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass man am meisten oder am lautesten redet. Aber trotzdem stelle ich mich der Diskussion. Ich muss es einfach versuchen und hey, vielleicht lernen wir ja alle daraus. Nächste Woche kommt eine gekürzte Fassung meiner Diskussion mit JJJ. Die Textversion dann auf meinem Blog. Bis dann. Und investiert in Blaulichtfilter, wenn ihr am Computer Kopfweh bekommt. Bye! Okay, ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Hey Miles. Bist du okay? Äh, ja. Warum fragst du? Oh. Die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Was? Das wär super. Okay, ich werd mich bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, cool. Nice. cool. Cool, cool. 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 Wenn dieiance abonebene stare. Omega agile pieiser. Das war's. Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt ne Pause. Wovon? Oh, nur... so. Also, ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Aber es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte, bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Äh, tja, also, Schule, ich helfe bei Fiest. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist... Ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team... Äh, ich weiß nicht. Also, Rick war... Er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht... Keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Okay, gehen wir. Wohin? Du weißt, dass ich Höhnen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft. Also zogen wir ein. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung. Weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen? Wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komm ich nicht gegen Roxanne an. Komm schon. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Na los. Du schaffst das. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Na los, Miles. Gib dir Mühe. Hab dich. Bin ich jetzt offiziell Club-Mitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen neue nicht besonders. Hier ist es. Wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast deine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mach ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewöhn dich erst mal ein. Gut. Gut. Du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt. Wir haben einen neuen. Puh. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground-Noial. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde. Neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Ja, das steht bei ihm noch nicht da unten. Ja, das dritt echt durch. Wir gehen das Schild, kann ich nehmen. Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nu-Form lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Ist das von Martin-Gies-Leuten? Ja. Trophäen. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber gut trainieren sie. Das ist schon komisch, dass wir jetzt hier an den Namen treten. Die Leute wissen, die kenne ich doch. Eine Vorratskiste. Ja, irgendein Arsch auch verkauft uns. Ob wir wohl vermieden oder so. Das wird spannend. Ganz schön viel Geld. Unten ist noch mehr. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Ob er will oder nicht. Unten ist noch mehr. Hört sich gut an. Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Nu-Form-List rumschleppen. Rumschleppen. Vielleicht ist es jetzt hier. Alter, es ist nicht so gut. Oh, das würde Fisk nicht gefallen. Er hat hier überall Verstecke und Zweitüren. Kein Problem für uns. Der Fisk-Tower gewinnt jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Vielleicht nutzen sie Fisk's Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich da hin. Endlich. Perfekt. Wer kommt hier? Leute, Sie bekannt vor. Ich muss Genki informieren. Wem schreibst du da? Äh, meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja. Sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Genki. Ich bin in der Lüftung. Klasse. Hast du rausgekriegt, wo sie das Nu-Form verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werd versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und sumst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummi-Papier eine Bombe bastelst? Warte, was? Nein. Cool. Reine Neugier. Okay, ich bin im Edge-Wir. Lass sie nicht durchkommen. Ich muss ein paar Underground-Trainings-Einheiten beenden. Dann suche ich nach einem Geheimraum. Ja, du mach schon. Keine Angst. Sieg dran. Hier oder ihr. Wir sollten uns denn die Kastro vornehmen. Wir dürfen Hände anfünden. Ach, komm schon. Das haben wir trainiert. Du schaffst das. Los. Abzug durchdrücken. Nicht ziehen. Drücken. Abzug klasten. Okay. Halte das Ziel immer im Auge. Atmen. Gentlemen, so wird das nichts. Atmen. Ja, gute Aufstellung. Gefällt mir schon besser. Bist du bereit? Ja. Wir werden jeden Tag sterben. Konzentriert euch aufs Ziel. Ja! Dann schlaf mal gut. Spider-Man ist hier! Hey! Ich werden dich treffer. Und wir müssen nachdenken. Ichwheeze processes. uma- wir müssen nachdenken. Es kann nicht. Da wird nie. Wir müssen nachdenken. іти la snail. Das ist mein Satz. Das war knapp. Los! Und alle schaffen! Und alle schaffen! Das war knapp. Und alle haben, die sind dran! Und alle haben, die sind dran! Ich bin dran! Oh, wow. Was für ein Schritt. Ah, komm schon. Das kannst du besser. Schon besser. Gute Aufstellung. Jawohl. Konzentriert euch aufs Ziel. Ich bin die neuen Waffen. Das ist doch immer so. Oh, wow. Einfach den Abzug durchdrücken. Lass nicht zögern. Abzug durchdrücken. Ich zieh. Schön. Bring's zu Ende. Das war's. Dann tritt ihm halt zwischen die Beine. Ohnmächtig sehen sie es. Sag mal, was du drauf hast. Los. Klar, bitte. Okay, jetzt drüben. Los. Oh, die Wette hätte ich mir sparen können. Konzentriert. Ja, sehr schön. Bin echt froh, dass wir jetzt nicht gut suchen. Was hat das drunter? Das ist ein Glückstag heute. Sorry. Wir haben einen ordentlichen Kampf sehen. Genau. An mir kommt keiner vorbei. Schon besser. Gute Aufstellung. Konzentriert. Ja, guter Aufstellung. Ich bin mir schon besser. Nicht mal ganz. Äh, so ne Busto. Oh, Mann. Der Gegner oder ihr? Der Gegner oder ihr? Nimm das! Was macht ihr? Geschafft! Wir kriegen dich ja doch irgendwann, du Schwächling! Geht uns alle, kommst du nicht an! Geht uns alle! 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 Geht uns alle, ihr Auge! Geht uns alle! Geht uns alle! Hier, fight! Du bist da ewig, Spider-Man! Gehen alle drauf, hey, feier auf! Kannst du fangen? Fangen! Okay, noch immer keine Spur von Finn. Muss ja irgendwo hin sein. In einem Interview sagte Fisk mal, er liebe Kunst, die einen Zweck erfüllt. Was soll das heißen? Keine Ahnung, aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also... Ja, verstanden. Ich suche ja. Warte, sind da irgendwelche großen Statuen? Ich glaub... Hey! Ich glaub, ich hab was! Oh! Geheimtreppe! Ganz schön tief. Viele Gangster-Bosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wär gut gewesen. Vielleicht wär er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? 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 Die sind so... Die sind so... kaltschnäuzig. Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja. Im Labor statt aufwärts. Genki. Das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war... heiß. Vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist? Woher es stammt? Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und... Roxxon brachte ihn um. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien, alles was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Das war... Wow! Ist das ein neuer Mut? Keine Ahnung, was das war. Aber es hat funktioniert. Okay. Mach deinen Weg. Neh mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool. Ich schock dann mal weiter. Ich mach dich fertig, Spider-Man. Ja, nicht nur so weit. Das möchte ich dir zurückgeben. Das möchte ich dir zurückgeben. Das ist eine Schämmerung. Ja. Ja. Ja! Doch, die- Ja! Ja! Wenn du nicht aufbreiten! Ja! Endlich kann ich in Gagster-Höhle kämpfen von meiner Liste streichen. Ich hab ihn verletzt! Weiter so! Ich wusste, du bist nicht der echte Spider-Man. Wow! Ist das ein neuer Move? Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert! Okay, mach dein Ding. Ich nehme die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool. I-Shop dann mal weiter. Achtung! Er ist binnen! Ja! So, bring dich zum Traumisch! Ich hab hier was für dich! Und alles was du! Nicht alleine! Bleib hier! Holt ihn runter! Holt ihn runter! Das ist nie! Gib auf! Habt ihr das gesehen? Seht ihn in dir? Ja! So unmöglich! Endlich kann ich in Gagster-Höhle kämpfen von meiner Liste streichen. Ha! Wow! Ist das ein neuer Murk? Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert! Okay, mach dein Ding. Ich seh mir die Karte an. Vielleicht komme ich, hab wieder gewonnen. Cool. Ich stopp dann mal weiter. Wer ist hier so schlecht? Halt ihn direkt. Sieht, warum? Halt uns nicht auf! Hey! Er steht unter Stuhl! Geh auf! Du hast keine Chance! Wir werden dir überlegen! Wow! Ist das ein neuer Move? Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert! Okay, mach dein Ding. Ich seh mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool. Ich schock dann mal weiter. Keiner hält uns auf! Runter! Moment! Endlich kann ich in Gangsterhöhle kämpfen vor meiner Liste streichen! Das geht dir nicht! Ich hab das Foto von der Karte bereinigt. Der Underground erscheint in alten Fisk-Baustellen zu hausen. Ist auch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Jam-Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nu-Form da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecker auf meine To-Do-List und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonagon dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich hab also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen.